Ja, rede doch mal, Alter. Hallo. Wann kommt dein neues YouTube-Video? Alter, gar keine Ahnung. Ich muss noch gucken. Was soll's jetzt eigentlich mit Bachern? Was soll sein? Ist alles geklärt? Was soll mit dem geklärt sein, Alter? Digga, sag mal. Ja, ADK hat ihn geschickt, Alter. Ja, Mann. ADK-Abi! Da, fuck. Ey, Becci, kennst du Bachern, den Parsa-X? Äh, ja. Die unten links sind so ein bisschen aus wie sie. Wer? Die unten links, siehst du. Hä, nein, finde ich nicht. Du bist schon. Ey, Becci, die Leute fasten, Digga. Äh, gut, Digga, also ich bin 18 Uhr aufgewacht, weißt du? Geil, Alter. Na ja, deswegen finde ich gerade irgendwie fett. Fett dein Restaurant, Alter. UR 20 wird noch ABK-Stream, Alter. Wird mega lachkig, Alter. Bist du dabei? Äh, ein bisschen vielleicht. Mal gucken. Ey, Bruder. Ja? Guck mal, diese Mellos schreien, Alter. Ey, Junge, wir sind ja nicht bei Pasha, Bruder. Was bist du am... Du bist am Fasten, Digga. Guck mal, wie du abgehst, Alter. Digga, du brauchst nur so ein bisschen... Nein, nein. Ich bin komischer Fuchs, Digga. Und dann ist er noch krank, guck. Ich bin nicht krank wieder. Du brauchst dann schon viel. Ja, Mann. Ja, ey, wollt ihr nichts fragen, Alter? Dann nehme ich das andere drei rein. Nein, Digga. Was? Was willst du denn mit... Das ist eine gute Frage. Und nur, ey, immer, dass du mich verliebt, Alter. Digga, was für verliebt, Alter. Sehr verliebt. Du bist... Ehre, Mann. Weißt du, oder? Ey, das wäre so geil, wie man hier Spiele spielen könnte, ohne Witz. Wie heißt dieser ein YouTuber, Joka? Was? Kennst du denn Joka oder so? Joka, keine Ahnung. Joka, Digga, Joka. Alter, was geht denn hier ab? Ah, der war so laut, ja. Bruder, ich nehme jetzt andere, okay? Boah, du willst mich kippen, Digga. Ich nehme jetzt andere, alle kicke ich jetzt. Okay? Ciao, Digga. Also, bye, bye. Ciao. So. Kommen alle vorbei, ja. Immer noch 50 Leute hier auf Insta, Alter. 60 Leute. Kommen alle auf Juno. Überlacht hier gerade. Und, ja. Und, ja. Jetzt geht's wieder ab, ja, Alter. Bei den Polizeisierinen, Alter. Ja, okay. Das war's komplett, Digga, mit dem wir dann. Das war's echt komplett, Alter. Weiß nicht, wer nicht reinholen soll, Alter. Der Chat eskaliert auf. Nimm rein mit dem Schwarzer Chinese. Und der heißt Enes. Ja, wahrscheinlich, Digga. Komm, nehmen wir den rein. Alles klar, Digga. Schwarzer Chinese. Wie geht's? Gut, Digga. Dir? Ja. Auch gut. Ich chill hier gerade. Ich hab die Tja. Okay. Okay. Alles klar. Ey, aber ey, merkt euch, Heinz, okay? Das ist nicht Parship jetzt. Wir sind hier bei Ramadan. Ey, du, lass mal. Oh, ich fasse gerade. Oh, Bismillah, Bruder. Schau, du siehst, das hätte ja. Ey, hey, Mann. So. Ey. Ja. Willst du jetzt irgendwelche Fragen? Ne baar, Jan, lan. Nee, oder was? Keine Ahnung, ich weiß, ich weiß, nicht. Ey, warte, ey, warte mal. Ey, Enes, Enes, chill mal, Digga, ich hör dich nicht. Was? Ich hab gesagt, was willst du für Fragen hören zu welchem Thema? Keine Ahnung. Was soll die Frage keredet, sag. Ich weiß nicht, wie alt seid ihr überhaupt? Ey, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bruder, du bist so laut, Digga. Du bist richtig laut. Warte, ich muss dir das jetzt sagen. Das ist wichtig. Jetzt kommt's. Schau, du bist doch immer verarscht, weil du so viele Augenbrauen hast, gell? Ja, ey, keine Ahnung. Bro, ich hab keine. Tausch mal. Oder gib ein bisschen. Ich wurde immer verarscht. Wieso? Frag jetzt Biki, der soll dir ein paar geben. Ey, jetzt warte mal. Du bist erst mal zu laut. Kannst du dich leiser machen? Was? Ey, ja, so ist perfekt. So ist perfekt, genau so. Wie schickt man eine Anfrage? Da ist nur eine Hand zu bewegen. Ja. Wie alt seid ihr? 16. 15. The fuck? Was, 16? Ja. Also, das hätte ich jetzt... Guck mal, da schreibt Marie, wow, komm rein, werde gekickt. Du warst doch nicht mal drin. Warte, nehmen wir nochmal, dann komm. Was hast du denn erwartet? Wie alt ist denn? 18. 18. Ich hab mir so ein geiles Ding gekauft, Alter, für ein Auto. Da klebt da mein Handy so. Also, im Auto, übergeil. Okay. Da klebt alles. Das ist übergeil. Ist leider nicht hier. Glaubst du, gibt es was, was du... Deswegen schon immer fragen willst. Bruder, ich hab Spaß gerade. Bruder, die ist auch andere Film, Digga, mit dem Redding. hast du Großfamilien. Nein, also, ich wohne im Moment bei einer Freundin. Gerade in Prinsenlecht. Äh, ja. Bruder, Bruder sogar. Also, ich will, dass mein Name richtig ausgesprochen ist. Ey, ey, ist das, ist deine Mutter? Nein, das ist nicht meine Mutter, das ist ganz von meiner Freundin. Freundin! Du hast anders gespielt. Ja, ich wohne bei dir. Wartest du? Das ist deine Freundin? Ich dachte, das wäre deine Mutter. Barbara, wamonos. Ne, geht ja. Nur Barbara. Warte, was soll ich fragen? Erzähl, Ernest, erzähl, Bruder. Komm mal. Ähm, warte, was soll ich sagen, Digga? Ich weiß es nicht, Bruder. Ähm, ob du aus diesem psychischen Ding da, wie heißt es, Warte? Ähm, wie heißt es, wenn man so Depression ist? Ja, äh, Bro, guck mal, ich sag dir so, das war auch, ähm, so ein bisschen bei, ähm, Bruder, was muss ich verleichtern? Äh, Bruder, Ernest geht's? Hast du grad Bruder gesagt? Ja, sie hat Bruder gesagt. Okay, kennst du dich? Nein, das ist dieser Dead Speak hier. Dieser Dead, dieser Dead Speak hier, alles klar, Alter. Ich kenne keine Junkies. Katze, Katze. Das ist so Spaß. Ja, das ist Spaß. Ja. Bruder, muss los, Alter. Muss echt dringend sein. Ist der Türke? Ja. Bist du raus aus den Depressionen? Äh, guck jetzt, ich sag dir so, guck, wenn was passiert, ich hab was so ein, äh, ja, tschüss, tschüss. 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 Vielen Dank. Ich weiß nicht, ich wusste gar nichts von diesem Beef und so. Ich chill einfach auf YouTube. Ich seh so ein Video von dir. Ja, ja, ich weiß. Ey, warte, warte mal. Kennst du mich erst seit dem Vorfall oder wie? Nein, nein. Schon Jahre davor, schon vor 100k für alles, Digga. Bei Ding war es. Ich war auf YouNow, dann bin ich in einen Stream gekommen, auf einmal siehst du richtig kaputt aus und so. Ja. Ich hatte keine Ahnung, was passiert ist. Ich bin auf YouTube gegangen, da habe ich diese ganzen Videos gesehen, wie die sich geschlägert haben und so. Schalt drauf jetzt. Bei mir war das so. Zuerst habe ich dich gesehen wegen diesem Katze-Video. Das war's für das, was ich schon gesehen habe. Ja, aber dieses Impfen. Und danach habe ich aber erst dich wieder gesehen wegen dieser Wachen. Komm, Digga. Oha, so immer hast du mich nicht verfolgt. Was bist du denn, Menschlin? Schäm dich. Nein, ich habe gerade mal so dieses... Oh mein Gott. Also ich bin immer eher nicht so aktiv auf meinem Handy, sage ich mir einfach mal so. Ja, ja, tu mal nicht so mal. Motto. Also ich bin im Heim groß geworden und da durfte man halt nicht sitzen, die Hände haben, das heißt. Echt jetzt? Ja. Wo wohnt ihr? Also ich komme eigentlich aus Provenz, aber ich wohne momentan nicht mehr. Und du? Enes? München. Hm, okay. Also ne, ein bisschen. Stabil, Alter. Ich höre, die schreiben so gar nichts. So eine Frage, ich wäre einfach nur... Wala, der echt ist meine Schwester, sondern der hat sie gut mir echt an mich glauben. Mach Screenshots. Wala, geh, ich mach dich mal... Ey, immer noch 50 Leute auf Insta. Kommt mal alle aufs Juno, Alter. Was ist los? Ich habe das Screenshot gemacht. Ja, ja. Ich war mal drin. Ich war mal drin. Ich war ein paar Sekunden in deinem Stream. Da hat sich meine Fresse nicht gezeigt. Ich war irgendwo im Besuch. Dann... Ich war richtig kaputt. Dann, ich habe meine Fresse nicht gezeigt. Ich habe nur so den hier gemacht. Dann, zwei Sekunden später, ich war direkt draußen. Das Ding ist, diese Mädchen, die sagen, die zeigen sich auch ungeschminkt. Und die haben kein Problem damit. Ich schwöre, die lügen. Ich schwöre, ich weiß, dass die lügen. Einfach Hilfe, einfach Hilfe. Warum was, Digga? Wallah. Ey, jetzt mal ehrlich. Wie viele wohnen bei dir, Lübben? Also, wie viele sind da? 20? Hai, oijoii. Ok. Also, warte. Sieben? Tü. Krass, das war. Andere Hauswohnen noch mehr als uns. Hä? Wo bist du jetzt? Bist du im Heim? Wo bist du? Komm,üm wird, ja. Wohnt sie gerade im Heim? Hä? Hä? Wo wohnst du jetzt? Ich wohne bei einer Freundin in Köln. In der Köln. Okay. Hä? Und die hat so viele Geschwister oder was? Nein, nein. Ich wohne bei einer Fremde. Ey, ich check dich nicht, Alter. Das ist so komisch. Ich kann auch nicht alles sagen. Das macht man ja nicht so. Ich check dich nicht, ja, ja. Komisch, komisch. Komisch, komisch, komisch. Ey, kamt ihr von Insta? Kamt ihr von Insta? Bitte? Kamt ihr von Insta? Ob die von Insta kommen? Ja. Achso, hast du Insta-Ding gemacht, Storys? Von wo kamst du? Von wo kamt ihr? Von Snapchat, von Insta, von was? So einfach von You know, Dika. Ah, okay. Und du? Du weißt nicht, ob diese Fries bin. Also ich war von Insta, nein. Ich hab's gesehen, dass die da schon wieder runtergeladen sind. Dann hast du nur so. Ohne Witz, nein, wenn ich da wohnen würde, Alter. Ich geb immer Fries bin ABK. Deswegen hab ich runtergeladen. Und dann, du musst dir vorstellen, ich kenne ABK seitdem er ungefähr 15k hat. So ungefähr. Dann, danach war ein kleiner Insta-Story, da hab ich gesehen, um 20 Uhr macht der Live heute. Aber heute wegen ich und Jami, weißt? Und dann bin ich schon weg. Ungezähl so. Deswegen dachte ich mir, ich geh jetzt, Juno, gibt irgendjemanden einfach Fries bin. Da hab ich seinen Ding gesehen. Achso, okay. Los. Okay. Ja, du bist mit der F***er. Ja, ich nehm mal dann andere rein, okay? Ja, komm ich da rein. Ciao. Tschüss, Linn. Mit deinen 20 Geschwistern. Nicht meine. Ciao. Okay. Ja, jeder. Kann ja sein, ne? Wenn die Familie ein Problem hat, dann... Immerhin. Hat sie ein Dach über dem Kopf. Wen soll ich jetzt nehmen, Alter? Wen soll ich jetzt nehmen? Komm, ey, immer noch 40 Leute auf Insta, Alter. Komm mal auf Juno, was ist los? Kommt mal auf Juno, Freunde. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich mach jetzt erstmal langsam. Ich nehm immer eine, eine, eine Person. Erstmal gucken, wie die Person drauf ist. Und du bist komisch. Wie geht's los? Ja, nichts. Ja, warum zeigst du die Wand? Bruder, du weißt. Nein, ich weiß nicht. Nein, Bruder. Nein, ich weiß nicht. Sag mal, wie alt schätzt du dich so? 12. Ja, genau, richtig. Echt? Ja. Ey, ich glaub, aber Juno ist ab 13, dann muss ich dich kicken, Bruder. Hä, ab 3, äh, 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 hab ich gehört, also. Ich glaub, ich muss dann echt raus machen, Bruder. Ey, Junge. Aber du kannst ja noch zuschauen, weißt du das? Junge. Du kannst ja noch zuschauen, Bruder. Junge. Bruder, schau einfach weiter zu, okay? Ja, okay, mach ich. Ciao. Ciao.